Hallo und willkommen bei Lika. Heute erklären wir mal ein Spiel. Nämlich das Spiel haben wir, das heißt GAPS. Das haben wir in Norwegen kennengelernt. Als wir deine Schwester besucht haben, voriges Jahr. Als wir meine Schwester besucht haben. Genau. Da haben wir ein paar Spiele kennengelernt, die die da oben spielen. Einzige Challenge für uns, das Spiel ist in Englisch, daher nicht ganz so einfach. Aber wir schaffen das. Und ja, so schaut das Spiel aus. Ich habe es schon gezeigt. Ja, ich probiere es nur mehr, ohne Spiegelung zu zeigen. Und das gab es hier? Ja, G-U-B-S. G-U-E-S. Da drinnen ist ein kleiner Aufkleber für die Fans. Da kann man sich dann irgendwo hin kleben. Das ist natürlich eine klassische Werbung für ein anderes Spiel. So zum Beispiel, kannst du die Schicht geben. Das ist ganz richtig praktisch. Dann gibt es da eine wunderbare, tolle kleine Spieleanleitung und eine Erklärung. Ja, und ich zeig das noch kurz her. Zeig du mir die Rückseite, wie viele verschiedene Karten, Spielkarten es da gibt. Das sind nämlich die verschiedenen Spielkarten. Ja, die werden hier hinten ganz, ganz, ganz genau erklärt. Das Spiel ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für uns gibt es eigentlich kein vergleichbares Spiel. Kennst du irgendein vergleichbares Spiel mit so vielen Charakterkarten? Nein. Also gehen tut es dabei grundsätzlich um die Gaps. So schaut ein Gap aus. Und wer am Ende vom Spiel die meisten Gaps hat, oder reserviert hat bei den anderen, oder geklaut hat, oder sie grundsätzlich in der Hand hat. Oder sie gerade beschützt mit einem anderen. Genau. Umso derjenige hat gewonnen, der die meisten Gaps hat. Ja. Dann aus ist das Spiel dann, wenn aus diesen Ballen dieser ganze Berg, der kommt dann am Tisch, zieht man eine Karte nach der anderen. Und wenn diese drei Karten, sag ich einmal, wenn die drei Karten alle aufgetaucht sind, wenn die, wenn die jemand abhebt, die legt man auf den Tisch. Ja. Also am Anfang kriegt jeder einen Gab plus drei drei Karten dazu. Und dann spielt man so lange, bis die drei Karten vom Stapel abgehoben worden sind und am Tisch liegen. Weil wenn man die abhebt, wird die am Tisch gelegt. Alle anderen Karten dürfen sich einstecken. Sobald alle drei Karten am Tisch legen, wird gezählt, ist Stopp, Ende aus. Dann wird gezählt, was da ist. Und ja, dazwischen gibt es Karten, die man zieht. Also quasi man kriegt auch jeder die Karten. Man spielt die natürlich beim Früh. Meine Karten, keiner darf die sehen. Und bis jeder Runde muss man eine abheben. Kann eine abheben, muss man nicht. Man kann eine abheben. Man muss eine weglegen, weil mehr als wir acht Karten dürfen zum Schluss nicht in der Hand haben. Also ab acht Karten muss man eine weglegen. Neun darf man nicht in der Hand haben. Meine Karten. Darf ich nicht sehen. Na so nicht, natürlich. Das ist auch klar. Die können umgekehrt gehen. Auf jeden Fall geht es darum, dass man dann einfach, man kann dann die eigenen Karten am Tisch legen, in der Hand halten. Natürlich, wenn es nur acht erhalten darfst, dann tust du mehr, dann fangst du natürlich auch runter zu legen. Nur wenn sie unten liegen sind, kann jemand anderer sie klauen. Und da kann man sie beschützen und gegen sie klauen. Das heißt, man kann eine Schutzkarte dazulegen. Man kann bei wem anderen sagen, deiner, der ist markiert. Also es ist ein taktisches Spiel, recht lustig. Wir haben das wirklich einige Male gespielt und es ist wirklich, wirklich, wirklich ein Riesengaudi gewesen. Ja. Ist so für zwei bis vier Personen ist es okay. Zwei bis sechs. Zwei bis sechs sogar. Na schau, sechs Leute dürfen das überdrehen. Ja, aber bei sechs wird es recht knapp. Ja. Da gehen die Kapps meistens raus. Da braucht man gleich ein zweites Deck. Spieler und Alter ist 10+. 10+, also du darfst jetzt schon spielen. Ganz legal. Du bist keine illegale Spielerin. Aber ich war ein. Genau. So, jetzt haben wir euch das Spiel gezeigt, jetzt haben wir es erklärt. Was machen wir als nächstes? Wir zeigen ein bisschen, warum wir spielen. Ja, wir werden auf jeden Fall das Spiel jetzt ein paar Mal spielen. Und wenn wir das ein paar Mal gespielt haben, dann melden wir uns zurück bei euch. Ja, warte, darf ich noch schnell? Ich weiß nicht, ob du das erklärt hast. Aber es gibt eben auch Angriffskarten. Ja, klar. Und es gibt Karten. Der ganze Stapel ist voll mit Karten. Da sind, manche Karten gibt es dreimal, manche gibt es nur einmal oder zweimal. Da sind Karten dabei, die sind einfach unpackbar. Die mit diesem roten Blitz, das sind Eventkarten, heißen die, glaube ich. Ja. Und dann gibt es auch so welche, ähm... Deswegen gibt es die Tafel hier hinten. So viele verschiedene Charaktere gibt es in dem Spiel. Das ist quasi wie Schachspielen mit 36 Schachfiguren. Das ist echt der Hammer. Ich kann keinen Schach, also... Erklärst du mir, ich tue mir kurz zöhn. Ähm, und Duster, das ist nur eines von den vielen. Aber Duster kann zum Beispiel einen Ring, das ist eine Angriffskarte, kann Duster kaputt machen. Und dann ist der Garp wieder frei. Und dann gibt es auch zum Beispiel eine Angriffskarte. Das sieht schon viel besser aus wie... Ich habe es gleich oft gespielt, glaube ich. Toad Rider oder wie der auch mal. Toad Rider, Rider, ja. Und das ist eine schlechte, eine schlechte Karte. Ups, schmeißt du das gleich weg? Mit der kann man angreifen. Und das ist halt nicht gut, wenn man da angegriffen wird. Und ganz kurz noch einmal. Ähm, hier unten, das kann man in der Kamera nicht lesen, aber ist irgendwie auch gut. Aber, ähm, halt... Da unten sieht man nochmal die Erklärung, was der kann, was der macht, bla 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 bla. In kurzen, die lange Erklärung ist dann hier. 26 verschiedene Charakterfiguren gibt es. 26. Das ist jetzt ein Spiel, das kannst du eine Weile spielen, bevor du das auswendig kannst. Aber, das tolle daran ist, und das kann ich jetzt schon sagen, weil wir haben es ja in Norwegen mit deiner Schwester auch schon ein paar Mal gespielt. Ja. Ähm, es ist abwechslungsreich. Ja. Und es bleibt echt spannend, aufgrund der vielen Charaktere, weil man sich die einfach nicht merken kann, außer man ist schon wirklich ein Freak auf dem Spiel. Ähm, es ist immer wieder überraschend. Dann kommt wieder ein Karten, wo man sich denkt, boi, ich bin total sicher. Und plötzlich macht es Peng, der andere kommt mit einem Karten und plötzlich sind fast alle Gabs weg. Ja. Das ist echt Mist. Oder man zieht Akkarten. Da gibt es ja auch Karten, da muss man alle Gabs weggeben, ne? Ja. Die gehen alle ins Asyl. Pff, weg sind sie. Die hupfen alle wieder in den Haufen rein. Ähm, und ganz kurz. Aber macht Spaß. Ich hätte es total lustig. Das ist ein starker Gab, also das ist ein älterer Gab. Und das ist, der ist immun gegen alles, außer eben diese Kristalle. Das ist auch eine Angriffskarte. Ich suche gerade eine. Den könnte man da herpicken, schau, da oben. Free the Gab. Oder so. Free the Gab. So. Free the Gab. Oh my Gab. Ja, gegen diese Kristalle. Nichts Oh my Gab, sondern Oh my Gab. Diese Kristalle sind eben nur für, also das ist das Einzige, gegen was dieser große, starke Gab, ähm, ja. Komm, jetzt gehen wir spielen. Du darfst uns nachher nochmal ein paar Action-Karten erklären. Und dann darfst du dir überlegen, ob du das irgendwo aufpicken willst. Ja, auf meine Stirn. Nein, irgendwo wo es auch picken bleiben darf. Das musst du ja dann in der Schuhe wieder runter tun. Sonst schimpfst du die Ehrerin. Gut, passt. Dann gehen wir spielen. Dann halt so. Ja, genau. Du musst es auch runter tun in der Schuhe. Dann hast du drauf gehen. Gut, dann gehen wir spielen. Ja. Ja? Und wir melden uns nach dem Spielen wieder. Ja. So, jetzt sind wir zurück vom Spielen. Es hat wirklich sehr Spaß gemacht. Ja, ich finde auch. Es ist so, man muss immer, also eigentlich ist es so, eigentlich, wir haben es offen gespielt einmal, um einfach zu schauen, wie viel Spaß das macht hier alle. Also wir haben jetzt einmal einfach quasi das offen gespielt, mit offenen Karten. Einfach, weil, wenn man nicht Englisch kann, ist das Spiel echt komisch. Das ist schwierig. Also es ist, man muss, man muss quasi mit jeder Karte, die man zieht, es gibt so viele verschiedene Karten, ich will eh, wie gesagt, 26 verschiedene Spielkarten, mit jeder Karte, die man zieht und aufhebt, muss man eigentlich nachlesen, was kann die Karten, damit ich weiß, was ich als nächstes tue. Das ist ja wirklich ein... Naja, das ist Aufgabe. Ja. Aber es ist ein Taktikspiel. Es ist ein Taktikspiel und wenn man es relativ oft und viel spielt, ist es wurscht, dass es Englisch ist, weil man das relativ schnell intus hat. Also ich glaube, man lernt die Karten auch recht schnell. Und es ist eine tolle Übung im Englischen, oder? Ja. Ich meine, du hast viel Englisch gelesen bei dem Spiel und die auch selber übersetzt. Es ist ja wirklich ein tolles Spiel. Also es macht unglaublich viel Spaß. Aber ich habe halt fast wirklich jedes Mal, wenn ich dran war, Papa, was war das nochmal für eine Karte? Naja, klar, weil wir immer nachlesen müssen. Wir haben es ja auch das erste Mal quasi jetzt seit langem wieder gespielt. Ja. Seit Norwegen haben wir das quasi das erste Mal gespielt. Und es ist halt ein Spiel in Englisch und es ist ein Taktikspiel. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, das ist wie Schnapsen, da gibt es eine Hierarchie von oben nach unten. Sondern es ist wirklich, 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 wirklich ein wahnsinnig... Es ist eigentlich fast wie Schachspiel nur mit Karten, weil man innerhalb von mit einer einzigen Karten die komplette Spielsituation ändern kann. Du kannst hinten sein, du kannst der Letzte sein. Und dann hat man eigentlich... Und dann haust du linkige Karten am Tisch und bumm und plötzlich bist du fuhren und alle anderen sind tot. Also nicht tot, aber die anderen haben alle keine Karten mehr. Und, was ich auch wichtig finde, es kann dann ab dem zweiten Buchstamm, wenn der zweite Buchstamm am Tisch liegt, da muss man wirklich, wirklich sehr nachdenken, was mache ich jetzt, wie viel lege ich ab, was lasse ich in der Hand. Man kann ja alles löschen. Ich kann eine Karte ausspielen. Dann musst du alles, was du in der Hand behaltest, als Sicherheit, wegschmeißen. Kommt die dritte Karte und du hast viel in der Hand, dann zählt das alles nicht. Und wir hatten eigentlich auch etwas ziemlich Gutes, sozusagen. Wir hatten nämlich keine Blitzkarten. Die waren nämlich alle ganz unten. Stimmt. Wir haben schlecht gemischt. Kann man das so sagen? Ja. Wir haben die Karten schlecht gemischt gehabt. Ja, wir haben zwei Runden lang jeder nur Lures gezogen. Also quasi Köder heißt das so im Deutschen. Also wer immer dieses Spiel herstellt, wer immer... Gibt's auch in Deutsch. Ja, es wäre nicht blöd, wenn sich das auf Deutsch übersetzen würde. Das ist zwar eine Mörderarbeit. Aber wir werden uns die Arbeit einfach selber auttun, weil es macht echt Spaß, das Spiel. Und wir werden uns einfach die Karten selber einen kleinen Kompass bauen, wo man einfach jede Karte abbilden und das so schreiben, teils, was die tut. Da müsste ich auch einmal nicht jeder Runde so... Papa, was war nochmal das? Naja, du kannst ja eigentlich, aber trotzdem... Natürlich, die Aufgabestellungen und Beschreibungen sind teilweise wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Das ist so, ja. Das stimmt. Aber alles in allem... Ich habe noch eine Frage an dich, Papa. Ja, her damit. Wieso machst du immer, wenn du etwas erklärst? Weil ich einfach mit den Händen drehe. Genauso wie mit dem Mund. Das ist einfach... Speziell, wenn man viel fremdsprochen und viel in der Welt unterwegs ist, manchmal verstehen die Leute nicht, was man sagt, aber das, was man mit den Händen dreht, das versteht. Genau, weil das ist dann halt so. Na gut. Also, was geben wir dem Spiel? Und von fünf Sternen? Ich würde alle Fünfe vergeben. Vier und halb. Vier und halb. Oder vier und drei Viertel. Ich finde, es ist ein unglaublich lustiges Spiel. Es ist unglaublich spannend. Das Einzige, was ich nicht so gut finde, ist, dass es Englisch ist. Ja. Es ist gut zum Englisch lernen, aber ja, Deutsch wäre es schon besser. Deutsch wäre es natürlich einfach mehr Spaß zum Spiel. Aber was ich noch auch finde, es ist ein Spiel, das wirklich bis zur letzten Sekunde spannend bleibt. Und das ist bei den wenigsten anderen Spielen so. Wenn du irgendwelche bekannten Spiele spielst, Mülle, Schach, du bist irgendwann ganz, ganz am Ende und bist nur mehr in Verteidigung und schaust nur mehr, dass du nicht der Allerletzte bist und vielleicht noch drei andere oder wenigstens einen Mitspieler noch überholst. Aber bei diesem Spiel ist wirklich bis zur letzten Karte eigentlich alles möglich. Ja. Weil ich kann vorher als Letztes mit einer einzigen Karte unten die richtige Karte ausspielen und können alle gab's mir. Das sind die Männchen, die man sammelt. Und der Nächste, der hat ca. den dritten Buchstaben. Das war's dann. Dann bin ich quasi der Gewinner, obwohl ich zwei Karten vorher noch vielleicht der Verlierer war, der Letzte hinten. Ja. Also. Eine Spielempfehlung. Definitiv. Wir werden's verlinken unten. Wir werden in Amazon und so einen Link hintun. Ist kein Affiliate. Also wir verdienen nichts dran, wenn ihr das da irgendwie kauft. Ich kann's. Wir können's einfach nur empfehlen. Also es ist einfach wirklich ein lustiges Spiel. Toller Zeitvertreibung. Aber ihr braucht wenigstens einen in der Runde, der wirklich gut Englisch kann. Weil die Regeln sind teilweise, also dadurch, dass sie nicht solche Absätze schreiben, wo man langsam für langsam Englisch Sprechende auch das übersetzt, ja. Sondern die sind wirklich auf so einem hohen Niveau. Das ist natürlich sehr kurz und dann ist natürlich so ein Satz sehr kompliziert teilweise zu lesen. Aber ja, mein Gott, ich hab ja eh 15 Jahre meines Lebens in der Welt verbracht. Das heißt, für mich war es ja nicht wirklich ein Problem. Ja. Und du kannst gut Englisch, die Sabine kann gut Englisch. Naja, ich bin noch beim Üben. Naja, klar. Ich bin noch beim Üben. Naja, klar. Aber du hast vieles schon selber trotzdem verstanden, obwohl das quasi in Englisch war. Gut. Also dann. Ich hoffe, es taugt euch, was wir da gemacht haben. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr ein Spiel habt, das wir uns anschauen könnten und erklären könnten vielleicht. Wir werden uns vielleicht das Gabs-Spiel nochmal vornehmen und vielleicht eine genaue Karten-Erklärung machen, wo wir eine Karte nach der anderen übersetzen und ins Deutsche erzählen und vielleicht dann zum Downloaden, damit die Leute sich herunterladen können. Aber das überlegen wir noch, war ein zweites Spiel wieder zum Thema Gabs. Aber wir haben auf jeden Fall noch einige andere Spiele, die wir testen wollen vorher. Die kommen vorher dran. Und vielleicht ist es dann so eine Sommeraufgabe, dass wir im Sommer hergehen und uns quasi das Gabs zur Brust nehmen, übersetzen, schöne deutsche Karten dazu, Erklärungskarten dazu machen, damit das alle spielen können. Ja. Ja. Okay. Also dann. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.